so hallo und jetzt kann man mal sehen was aus unserer blume geworden ist wo wir vor einigen wochen eingepflanzt haben es war nur eine kleine zwiebel bisschen in die erde rein jetzt haben wir schon hier so eine riesengroße blume die blüte dürfte auch bald kommen und natürlich darf man das gießen nicht vergessen jetzt auch wo die sonne öfters rauskommt und es hat noch eine ganz tolle pflanze hier hatte ich auch schon was entwickelt mal schauen was das hier wird ob das jetzt hier zur zwiebel gehört ja ich glaube schon ja okay wir werden schauen noch geht schuss